Bastard Bestätigt Ich kann dich spüren Max, was ist los? Das Gebäude fliegt in die Luft. Das ist los! Max? Verdammt! Was ist los? Das Gebäude fliegt in die Luft. Das ist los! Max? Verdammt! Das ist nicht der Witz bald! Er schiebt! Feigling! Max? Max? Was geht da vor? Wirf die Regeln über Bord und du gehst mit ihnen unter. Max? Max? Das war nicht mein erster Sturz in dieser Nacht. Ein Vorgeschmack auf das Finale. Immer noch weit vom Boden entfernt. Da! Los jetzt! Max? Gesellschaft? Mona, du musst sie erledigen. Verschaff mir Zeit. Ich konnte nicht ohne sie leben. Stopp! Ich bin wieder da. Irgendeine Idee? Komm rein. In meine Richtung. Ja. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Okay, bin wieder da. Irgendeine Idee? Komm rein. In meine Richtung. Geht nicht. Die Tür ist versperrt. Ich muss über den Hof zur nächsten Tür kommen. Du musst mir Deckung geben. Max, ich bin nicht in Schussposition. Ich muss mich durch das Gebäude zurückziehen, um besser sehen zu können. Ich gehe. Gib mir Deckung. Sollen wir weiter Witze reißen? Oder soll ich losgehen? Also. Das klingt jetzt vielleicht noch Wiederholung, aber die haben mich im Visier. Ich bin dran. Ich bin unterwegs. Ich hatte Probleme. Ich konnte nur hoffen, dass Mona einen Platz mit Überblick über den Hof finden würde und die Söldner rechtzeitig erledigen konnte. Mir lief die Zeit davon. Ich richtete meine Augen auf das Gerüst und hoffte, Mona dort zu sehen. Mona, es geht nicht um mich, aber die Typen werden ungeduldig. Können's nicht erwarten, dich zu sehen. Ich bin das Warten wert. Ich bin in einer Sekunde auf dem Gerüst. Mona, jetzt wäre ein ausgezeichneter Moment für deinen Auftritt. Behalt das Gerüst im Auge, Max. Oder du verpasst was. Mona, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber du verpasst die Show. Die Show beginnt in dem Augenblick, wenn ich auf das Gerüst steige. Die Show beginnt in dem Augenblick, wenn ich auf das Gerüst. Die Show beginnt in dem Augenblick, wenn ich auf das Gerüst. Die Show beginnt in dem Augenblick, wenn wir meinencke das Gerüst. Von der Gerüst steigen Die Show-! Ich bin in der Gerüst steigen, mir ab, das Gerüst! atençãost mir einfach planning, intratı. блöder Sharemens become,... Nachher gibt es mir in rédu activist! Max, ich bin hier. Mona, ich kann ein Tor zu einem anderen Hof sehen. Ich werde versuchen, an dem letzten Scharfschützen vorbeizukommen. Kein Glück bei der Tür. Hier ist ein Durchgang, der auf einen anderen Hof führt. Ich schaue mal nach. Ich arbeite mich durch das Gebäude. Wir treffen... Mona, ich habe was gefunden, das mich auf den Beinen hält. Max, habe einen Weg gefunden. Ich komme. Mona muss die Sirenen auch gehört haben. Sie war anscheinend nicht allzu glücklich darüber. Verdammt, Max, ich habe dir gesagt, keine Cops. Ich mache das. Vielen Dank.